In der Reihe menschlicher Abgründe wollen wir uns, wie der Name schon sagt, mit den wahren, dunkelsten Kapiteln der Menschheit befassen. Dazu zählen beispielsweise jegliche Formen der gruseligsten Experimente, Foltermethoden aus dem Mittelalter, aber auch die Vorstellung von Mördern und Psychopathen. In dieser Folge habe ich mir dafür einen in Deutschland eher unbekannten amerikanischen Serienmörder rausgesucht. Und zwar geht es um Joseph Kallinger. In den folgenden Minuten möchte ich euch nun einen kurzen Abriss über sein Leben, aber auch über seine abscheulichen Taten geben. Auf geht's! Joseph Liebrenner III. wurde am 11. Dezember 1936 in Philadelphia, Pennsylvania geboren. Mit zwei Jahren wurde er in ein Pflegeheim gegeben, da sein Vater seine Mutter verlassen hatte. Am 15.10.1939 wurde er von Stephen und Anna Kallinger adoptiert, einer österreichischen Einwandererfamilie. Seine Kindheit war in dieser Familie jedoch alles andere als behütet. Seine Eltern misshandelten ihn, prügelten ihn mit einer neunschwänzigen Katze, schlugen ihn mit einem Hammer und drohten ihn zu kastrieren. Dies ging so weit, dass er durch die Misshandlungen seines Pflegevaters mit sechs Jahren einen Leistenbruch erlitt. Weitere Bestrafungen seiner Adoptiveltern waren zum Beispiel, dass er in Schränken eingeschlossen wurde, sich selbst verletzen musste, mit Eisen verbrannt zu werden oder nichts zu essen zu bekommen. Kallinger war jedoch auch nicht unbedingt ein leichtes Kind. Oft rebellierte er gegen seine Adoptiveltern und seine Lehrer. Im Kindesalter wurde er von einer älteren jungen Bande mit einem Messer bedroht und sexuell missbraucht. Eine Folgestörung dessen war, dass er fortan stets mit einem Messer in der Hand masturbierte. Im Jahre 1953, Joseph war gerade 17 Jahre alt, heiratete er zum ersten Mal. Diese Ehe brachte zwei Kinder hervor, wo Frau Frau Kallinger drei Jahre später, also 1956, das gemeinsame Haus wegen eines anderen Mannes und der durch Kallinger erfahrenen häuslichen Gewalt wieder verließ. Im darauffolgenden Jahr wurde Joseph in ein Krankenhaus eingewiesen. Man vermutete eine krankhafte Veränderung im Gehirn, es wurde jedoch eine psychopathologische nervöse Störung diagnostiziert. 1958, mit 22 Jahren, heiratete Kallinger das zweite Mal. Wenig später zündete er aus Spaß sein Haus an, wodurch ihm die Versicherung 1.600 Dollar auszahlte. Nach einem Selbstmordversuch im Juli 1959 und einer Einweisung ins Krankenhaus steckte er auch das neue Haus der Familie weitere vier Male an. Zweimal im Mai 1963, einmal im August 1965 und im Oktober 1967. Mit 36 Jahren hatte Joseph Kallinger sieben Kinder zu versorgen, zwei davon aus seiner ersten Ehe. Er behandelte seine Kinder dabei nicht gerade gut. Eigentlich behandelte er sie genauso, wie er es selbst als Kind von seinen Adoptiveltern erfahren hatte. Beispielsweise verbrannte er den Oberschenkel seiner ältesten Tochter mit einem heißen Bügeleisen als Strafe, dass sie davongelaufen war. Drei seiner Kinder gingen daraufhin zur Polizei. Deshalb wurde er 1972 sogar verhaftet, jedoch wurde er für den Prozess für untauglich befunden. 60 Tage lang sollte sein Geisteszustand beurteilt werden, bis er schließlich doch zum Verfahren zugelassen wurde. Für den Tatbestand der Kindesmisshandlung bekam er vier Jahre auf Bewährung und die Auflage, sich psychiatrisch behandeln zu lassen. Im Gefängnis stellte man einen IQ von 82 fest und diagnostizierte eine paranoide Schizophrenie. Später nahmen die Kinder ihre Anschuldigungen außerdem wieder zurück. Zwei Jahre später, 1974, verschlechterte sich sein Geisteszustand dramatisch. Er begann zu halluzinieren, unterhielt sich mit einem vom Körper abgetrennten Kopf namens Charlie und bekam persönliche Anweisungen von Gott. Diese sagten ihm, dass er Knaben ermorden und ihre Genitalien abtrennen solle. Dieses Verlangen erzählte er am 16.02. seinem 13-jährigen Sohn Michael und bat ihn um Hilfe. Dieser antwortete darauf, »Ich freue mich darauf, Papa.« Bereits elf Tage später zogen sie gemeinsam los und ermordeten in Philadelphia den jugendlichen Puerto Ricaner Jose Colasso. Sie quälten ihr Opfer und schnitten ihm den Penis ab. Doch Kellinger wollte weitermachen. Sein Fokus fiel auf eines seiner eigenen Kinder, Joseph Junior. Dieser war auch eines der Kinder, welches ihn bei der Polizei angezeigt hatte. Zunächst versuchte er, ihn unauffällig zu töten. Beim Fotografieren versuchte er, ihn beispielsweise über einen Klippenrand zu lotsen. Dies funktionierte nicht, sodass er beide Söhne im Juli 1974 auf eine Brandstiftungstour mitnahm, wo er versuchte, Joseph Junior in einem brennenden Wohnwagen einzusperren. Auch dieser Versuch misslang. Schließlich ertränkte das Vater-Sohn-Team seinen anderen Sohn, Joseph Junior, auf einem Abbruchplatz. Kurze Zeit später wurde die Leiche von den Behörden gefunden. Joseph Kellinger war auch Tatverdächtiger, wurde jedoch aus Mangel an Beweisen freigelassen. Im Herbst begannen Michael und Joseph Kellinger, weiter entfernte Gegenden nach Opfern zu durchsuchen. Dabei brachen sie in ein Haus ein, wo sie jedoch niemanden vorfanden. Einen weiteren Stopp später trafen sie auf ihr Opfer Joanne Carty, die sie auf ihr Bett banden, wo Joseph sie vergewaltigte. Nur fünf Tage später fand Joseph bei einem Raub sein nächstes Opfer. Er bedrohte fünf Geiseln mit einem Messer, raubte sie aus und schlitzte dabei einer Frau die Brust auf, die dies jedoch überlebte. Mit einem Geldwert von 20.000 Dollar machten sich die Kellingers davon. Ihr nächstes Opfer fanden die beiden in Homeland, Maryland, einem Vorort von Baltimore. Hier hielten Vater und Sohn eine Frau in ihrem Haus gefangen und zwangen sie mit vorgehaltener Pistole, Joseph Oral zu befriedigen. Dieses Prozedere wurde im Januar 1975 in Dumont, New Jersey, mit einer anderen Frau wiederholt. Zwei Tage später, am 8.01.1975, brachen Kellinger und Sohn in ein Haus in Leonia, New Jersey ein, in dem sie sich als Verkäufer ausgaben und hielten sich acht Personen mit einer Schusswaffe als Geiseln, während sie das Haus plünderten. Dabei wurde die 21-jährige Krankenschwester Maria Fesching erstochen, die gerade bei einem bettlägerigen Familienmitglied nach dem Rechten sehen wollte, da sie Josephs Befehl ablehnte, einem männlichen Opfer den Penis abzubeißen. Als Kellinger und sein Sohn flohen, wurde Kellinger nachlässig und schmiss ein blutverschmiertes Hemd nahe des Tatorts weg. Nach polizeilichen Ermittlungen konnten sie die Spur zu Joseph Kellinger zurückverfolgen, der zu dieser Zeit in der engen Wohnung über seiner Schuhwerkstatt lebte, denn er war gelernter Schuster. Beispielsweise wurden Kellinger und sein Sohn in der Gegend gesehen, sodass Joseph Kellinger am 17. Januar festgenommen werden konnte. Auch gegen seinen Sohn Michael wurde ermittelt. Er wurde aber zwar für straffällig, aber besserungsfähig erklärt. Die Mordanklagen gegen ihn wurden im Austausch gegen seine Schuldeingeständnisse in zwei Fällen von Raub fallen gelassen. Bis zu seinem 25. Geburtstag im Dezember 1982 wurde er auf Bewährung gesetzt. Nun ist er frei und hat daraufhin den Staat verlassen und seinen Namen geändert. Joseph Kellinger hingegen bekam noch im Jahr 1975 seinen Prozess. Jedoch endete der erste Prozess in Pennsylvania im Juni 1975 mit keiner Entscheidung der Geschworenen. Der Prozess wurde daher drei Monate später erneut aufgerollt und Kellinger für neun Schwerverbrechen für schuldig erklärt und zu einer Gefängnisstrafe von 80 Jahren verurteilt. Nach 30 Jahren könne er erstmals Begnadigung ersuchen. Der Richter bezeichnete ihn beim Prozess als einen bösen Mann, völlig abscheulich und verdorben. Kellinger hingegen versuchte sich als wahnsinnig darzustellen und behauptete, Gott habe ihn befohlen zu töten. Er wurde jedoch für schuldfähig befunden. Auch vor dem Mord in New Jersey wurde Kellinger im Oktober 1976 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er anschließend abzusitzen hatte. Doch damit endet die Geschichte von Joseph Kellinger noch nicht. Denn selbst im Gefängnis war er kein Musterinsasse. Seine Gefängniszeit war weiterhin geprägt von Gewaltausbrüchen. Im März 1977 zündete er sich selbst an. Einen Monat später attackierte er einen Mithäftling und zündete Feuer in einem Gefängnisblock. 1978 schlitzte er einem weiteren Insassen die Kehle durch, doch das Opfer überlebte. In einem Fernsehinterview 1984 mit Joseph Kellinger brachte dieser seinen ausdrücklichen Wunsch zum Ausdruck, jeden Menschen auf Erden umzubringen und dann Selbstmord zu begehen. Er hoffte, dann Gott zu werden. Im Januar desselben Jahres wurde außerdem der Prozess gegen ihn wegen der Morde an seinem Sohn Joseph Junior sowie dem an Jose Colasso verhandelt und er erhielt zwei weitere lebenslange Haftstrafen. Joseph Kellinger hatte daraufhin mehrere Selbstmordversuche im Gefängnis und rief auch einen religiösen Hungerstreik im Jahr 1990 aus. Ein Ausdruck von Reue? Er wurde daraufhin jedenfalls in ein Krankenhaus für kriminelle Geisteskranke in Pennsylvania eingewiesen. Nach seiner Rücküberstellung in das Gefängnis erstickte er am 26. März 1996 im Alter von 59 Jahren im Gefängniskrankenhaus an seinem eigenen Erbrochenen durch einen epileptischen Anfall. So, das war unser erstes Video in der Reihe der menschlichen Abgründe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch auf weitere Videos zu diesen Themen. Ihr könnt euch auch gern selbst einbringen und Personen oder Dinge vorschlagen, über die ich mal ein Video machen soll. Und generell ist Feedback zur Verbesserung wie immer gern gesehen. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!